Hallo Leute, heute gibt es Quiz-Tuell Let's Play 221. Ich habe vier Spiele offen und ich fange mit der Herausforderung von Guetu an. Bücher und Wörter nehme ich. Wie heißt Hakan Nessers letztes Buch der Fan-Veterens-Reihe? Was ist kein Versmaß in der Dichtkunst? Was ist ein Churaskaria? Ja. Jetzt kommt Sogak. Unter welchem Namen kennt man Inokulation besser? Welche Aussage über Vitamine ist wahr? Welcher Darm ist am längsten? Jetzt kommt Esaline 33. Wer war Nick Knatterton, Knatterton Comics? Wie heißt eine Comicserie, in der ein gallisches Dorf gegen das Römische Reich kämpft? Wie heißt Dagobert Duck im englischen Original? Rund um die Welt. Was ist die Hauptstadt von China? Wie begrüßt man sich auf Hawaii? Welcher Fluss entspringt nicht in der Schweiz? Jetzt noch 666 Jan und dann war es das für den Moment. China, Indien und Kenia sind die 3 weltgrößten Tee-Produzenten. Welches Land belegt den 4. Platz? Wie heißt dieser Salat? Wie heißt dieser Salat? Was nimmt man hauptsächlich zu sich, wenn man Nudeln isst? Draußen im Grünen. Wie heißt eine asiatische Zitrusfrucht? Wie heißt eine asiatische Zitrusfrucht? Bei welchem dieser Tiere wird das Männchen trächtig? Das war es jetzt mal wieder für den Moment. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss, Leute.